gute nachrichten für rentner die pflegen pflegegeld erhöht sich 2024 mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de ja meine damen und herren das jahr 2024 ist ja nicht mehr so weit weg wir haben heute den 23 10 2023 und ich kann ihnen schon mal gute nachrichten ermitteln für das jahr 2024 alle diejenigen rentnerinnen und rentner die ihre nächsten angehörigen pflegen ihre geliebte ehefrau ehegatten pflegen wen auch immer können ab 2024 ich habe das ja mal mal gelesen und zwar in der zeitung in der online ausgabe von der frankfurter rundschau vom 22 10 2013 können die pflegen denn die pflegekräfte sozusagen ab 2024 fünf prozent mehr pflegegeld bekommen dazu muss ein gesonderter antrag nicht gestellt werden immer dann wird das automatisch erfolgen wenn hier schon das pflegegeld gezahlt wird das heißt also wenn eine zu pflegende person pflegegeld bekommt werden die pflegeleistung hier um fünf prozent also die pflegegeld leistung fünf prozent angehoben der betrag erhöht sich automatisch die nächste erhöhung kommt dann schon im jahr 2025 dann geht es noch mal um 4,5 prozent rauch auf auch die pflege sachleistung werden sich im jahr 2024 um fünf prozent steigern so die neuesten informationen aus der frankfurter rundschau also ich finde keine schlechte sache dass man hier also sozusagen ein bisschen mehr pflegegeld bekommen wird hoffen wir das beste dass die gesetzlichen regelungen zum ersten januar 2024 dann tatsächlich auch kommen werden näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter nöppel